Hallo Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja Leute, in diesem Video zum Beispiel darum gehen. Ich darf nun blaue Waffen benutzen in Fortnite Challenge. Lasst doch gerne ein Like da, kostenlos Abo und aktiviert nochmal die Glocke, um kein weiteres Stream, Video oder Short Video mehr zu verpassen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Let's go! So Leute, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier in einer Runde. Wir gehen auf jeden Fall hier raus und wir gehen genau zu diesem Gebäude, weil dort sind auf jeden Fall die besten Waffen, die man kriegen kann. Spaß beiseite, aber ich hoffe, dort sind auf jeden Fall blaue Waffen am Strand. Und ja, ich hoffe, du hast schon ein Like da gelassen. Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Schauen wir mal gerne mal rein in die Kommentare. Habt ihr Ferien, ja oder nein? Damit ich das Ganze nochmal Bescheid weiß. Vielleicht kann ich auch mal die Videos früher posten als sonst, wisst ihr? Doch, da habe ich irgendwas gesehen. Oh, sorry Jungs! Ich habe aus Versehen einfach die Waffen eingesammelt. Ich darf ja nur blau einsammeln. Ich bin so los, ne? Okay, das sehen wir auch heute mit. Wenn ich zum Beispiel mal so ein Video mache, nur lila Waffen, dann wird es auf jeden Fall sehr schwer, lila Waffen zu finden. Weil die sind auf jeden Fall auch sehr selten. Oder legendär, legendär ist auch ultimativ selten zu finden. Alter. Man sieht hier, blaue Waffen habe ich nur zwei davon. Kühlen doch, oh my. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der zweite Runde. Let's go. So Leute, zweite Runde, los geht's. Boah, ich hoffe, diese Runde wird auf jeden Fall ein bisschen besser sein, weil davor wirklich schlechte Runde. Und ich verstehe nicht, ich habe den Gegner eigentlich jeden Schuss getroffen, aber der ist einfach nicht gestorben. Und ich hoffe, diesmal wird auf jeden Fall ein bisschen besser laufen, dass ich keine graue Waffe einsammeln werde, wie davor, man. Boah, das ist eine gute Waffe, das ist eine Sniper-Waffe, das ist geil. Das ist wirklich eine geile Waffe, muss ich ehrlich sagen. Wir haben wieder eine blaue Waffe gefunden, diese Runde läuft auf jeden Fall ein bisschen besser als davor. So Leute, auf jeden Fall, hier sind auf jeden Fall Gegner. Let's go. Und ich muss auf jeden Fall diesen Gegner killen. Ganz schnell, oh my god. Das sind so gute Waffen, ich kann die leider nicht einsammeln, man. Let's go killen, killen. Oh my god. Wir sind fast gestorben. Wir killen ihn auf jeden Fall ab jetzt. Wo ist er eine Waffe? Let's go, komm, komm. Komm raus. Komm raus. Komm, 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 was ihr macht. Nee, Freundchen, sowas wird nichts passieren. Nimm mal diese Schützaufladung. Let's go, wir haben ihn geholt. So muss es sein. Let's go, let's go, let's go killen. Let's go, wir haben ihn geholt. Let's go, wir sehen uns beim nächsten Gegner. So, der nächste Gegner ist auf jeden Fall hier am Start. Wir killen ihn auch. Let's go, wir haben ihn geholt. Wir sehen uns beim nächsten Gegner. So Leute, auf jeden Fall, hier ist der nächste Gegner. Let's go. Oh my god, meine Schützaufladung sind sehr, sehr, sehr gut am Start. Let's go, wir haben ihn geholt. Was mit dem anderen? Der wurde auch geholt. Ah, hier sind diese zwei Gegner. Ich habe die schon gesucht. Ich habe euch doch gesucht. Ich habe euch doch gesucht. Schon mal Pale, ich habe die schon gesucht. Alpha Level 15 gleich. Aha, da ist der Gegner. Guck mal, ich sehe ihn. Ich sehe den Gegner. Let's go. Let's go, kill ihn doch. Oh my god, diese Waffe ist doch so gut. Die muss eigentlich stehen. Killen doch, come on. Let's go. Sieben Kills gemacht. Krass. Wir sehen jetzt. Let's go, man. Wo? Junge, von wo schießt er mich an? Ey, das wäre easy. Epischer Sieg. Ich verstehe es nicht. Ich hole nie in Runden. Epischer Sieg. Ich verstehe es nicht. Die Runde war so gut, man. Ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tunni. offers mich ein bisschenpersonal an. Mut Answer. Tö. Jungs. TI Teil.